Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Let's Play Pokémon Smarag Randomizer Nasslock Challenge. So, dann besuchen wir mal hier dieses schöne Item und nehmen es gleich mal mit. Und ein Pokémon, wehe, es ist schon wieder Lugia. Oh, ich hätte Nidoking fangen können. Geil, aber das Spiel denkt sich, nö. Geben wir dir einfach mal das Pokémon, was du garantiert nicht fangen kannst, weil es ein Legendary ist. Ah, okay, sehr schön. Was zum Verkaufen. Ich habe schon gehofft, dass ich ohne weiter angegriffenes Weine rauskomme und ein Lampi, genau, Lampi. Hätte ich auch fangen können, wunderschön. Aber es sollte wohl nicht so sein. Und du Psycho. Ja, zeig mir dein Psycho-Pokémon, damit ich es besiegen kann. Brandy. Ah, ein Trassler, Trassler, Trassler. Oh, und auch noch ein weibliches. Oh, Gardevoir. Ohne Scheiß. Ich glaube, Gardevoir ist mein Lieblings-Psycho-Pokémon. Weil es einfach so elegant ist. Und Tschüss. Astonishing. Oh ja. So, und jetzt noch den Bugcatcher hier. Ach nee, äh, Käfer-Maniac, genau, ist der. Der ist nicht nur ein Käfer-Sammler, sondern gleich ein Käfer-Maniac. Ein Poodox. Hat was. Ist das nicht ein Psycho-Psycho-Psycho-Psycho-Psycho? Boah, das erste Pokémon, das Basti bald nicht beim ersten Mal hinkriegt. Dann töte es mal mit einem zweiten Donnerflag. Bumm. Wow. Oh, Beautifly, Papinella, aber der Pokédex-Eintrag von Papinella ist sau creepy. Irgendwie, dass es mit seinem Rüssel den Lebenssaft aus seinen Gegnern saugt, das ist voll gruselig. So, noch ein Level, dann ist Basti auf Annies Niveau und dann wechsle ich ihn aus. So, du hast diese Blumen gut pflanzt, dann tret' ich sie kaputt. Nein, eigentlich mag ich Blümchen, Blümchen sind schön. Oh, ein Superball, gefällt mir. Hier müsste auch irgendwo eins sein. Ah, da sehe ich schon, ah, ein Schutz. Da sehe ich schon die Häuser von Wiesenfluhen. Okay, lass mich raus. Ach Gott, du bist auch noch ein Trainer, Hilfe. Ach so, ja, stimmt. Auch eine Pokémon-Züchterin. Wingull! Möchtest du Bekanntschaft mit meinem Donnerschlag machen, beziehungsweise den von Basti? Denn ich glaube, das wird vielfach gegen dich effektiv sein, deswegen bist du ganz schnell weg. Ähm, Merillo, okay, noch ein Job für Basti. Ja, es winkt mir zu. Tut mir ja schon fast leid, dass ich sie jetzt mit einem Donnerschlag besiegen werde. Und tschüss, Merrill. Tut mir leid, aber du musst jetzt all deine Pokémon freilassen, die ich besiege. Das sind die Regeln der Nasslo-Challenge. Oh, ein Goldini, Goldini. Hallo, Goldini. Darf man nur so aussprechen, habe ich ja schon mal gesagt. Und tschüss, Goldini. Schrummisch. Ja, komm. Die anderen sollen ja auch mal was zu tun haben, aber wen schicke ich da raus? Obwohl. Da lasse ich nochmal Basti draußen. Ich bräuchte noch ein Flug-Pokémon eigentlich. Also ich würde ja Sepa eigentlich schon fast drin lassen und Shelly raustun und dafür, wenn ich ein Flug-Pokémon noch irgendwann kriege. Wäre cool. Roselia. Ja, komm. Shelly raus. Shelly ist gut gegen Pflanzen-Pokémon. Na, eigentlich bräuchte ich noch ein Psycho-Pokémon. Ich habe jetzt Wasser, Pflanze, Feuer, Elektro, Boden. Und entweder nehme ich dann mal Psycho, Unlicht oder Flug. Mal sehen. Mh, Iniko. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwann ein Psycho-Pokémon. Wie zum Beispiel dieses wunderschöne Traumato, das mir Tibor unversaut hat. Tschüss, Iniko. Und weg damit. Tja. Wir alle immer mit mir quatschen wollen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ah, schön. Willkommen in, äh, ja, Wiesenflur. Ach ja, genau. Hier ist das zweite Kampfcamp. Aber das werde ich nicht benutzen. Genau, ich gehe nicht in dieses Kampfcamp, weil die, ich, ich mag die irgendwie nicht. Oh Gott, Zwillinge. Evergrande City, Prachtpolis. Ja. Da ist die Pokémon-Liga Prachtpolis-City ganz weit außen. Genau, wenn ich einmal gegen die Elite, äh, Top 4, ähm, verliere, ist das aus mit der Nasslock-Challenge. Wander, okay. So, bin, tun wir alle mal hier Totentum? Seems to believe in you. Ach so, das ist die, die uns dann immer was, die, die uns was Schönes, ne, gibt die uns was Schönes. Ich glaube, wenn unsere Pokémon uns lieben, über alles lieben, gibt sie uns was Tolles. Ah, Heiko. Genau, Heiko wurde ja nach Wiesenflur geschickt. Und, ähm, ja, genau, anscheinend hat er sich gut erholt hier. Und die Tochter von denen hier, also Heikos Cousine, ach so, die ist mit dem Typen da zusammen, der unbedingt den Tunnel fertig graben wollte. Ah, okay. Wenn du meinst, Heiko. Wenn du meinst, dann trainiere mal schön. Nein, ich wollte da nicht rein. Ich wollte nicht in den Pokémon-Markt, ich wollte in das PC. PokéCenter. Äh, nee. Zornklinge will ich nicht. Ist zwar gut, aber... Äh, ja, ich kam wegen der schönen Luft. Ja. Diese alten Männer, die sagen uns immer schon alles, was wir wissen wollen, ey. Äh, alles, was wir wissen. Okay. Nein, 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 nein. Ich wollte noch nicht in den Meta-Flur-Tunnel gehen. Ich geh da zwar gleich rein. Aber ich kann da, ich kann da noch gar nichts machen eigentlich drin. Ich werde auf jeden Fall Detlef jetzt vorne setzen, weil der Wanderer hier, äh, Gesteins-Pokémon benutzt. Und jetzt... La-di-da, was hast du mir zu sagen, Mike? Du wirst mir einen kleinen Stein entgegen, das mich anbrüllt. Dann brüll ich gleich mal zurück mit einem Blubber. So, ich werde erst mal die Frau besuchen. Die ist, also die Cousine von Heiko. Die ist nämlich gerade hier im Tunnel und schaut ihrem... Oh, na, endlich! Ich schaue mal ihrem, ähm, Typen zu. Endlich kann es was Besseres als Blubber. Aqua-Knarre. Ich bin so stolz auf dich, Detlef. Und tschüss. Ha! Endlich kann es Aqua-Knarre. Oh, äh, ich hab gar nicht gelesen. Mache... Okay, na gut. Aqua-Knarre hin! Nö. Denkst du etwa deine Verteidigung... Äh, dein... Dings könnte meine Verteidigung zu sehr senken. I think not. Oh Gott. Okay. Heike Mike. Gut. Dann werde ich gleich mal die Attacken ordnen. Endlich mal. So. So. Aqua-Knarre ganz oben hin. Da sind sie, da sind die beiden. Ah. Max Aether. Uh, was springt uns da an? Hoffentlich kein Turtok. Mein Papinella. Im Metaflur-Tunnel. Interessant. Und weg damit. Ich brauche keinen... Keine Butterfliege. Ah, das ist ja so süß. Oh Gott, was springt mich schon wieder da an? Ein Snobili-Cut. Ui. Geh zurück zu Giovanni, wo du hingehörst, du Katze. Ich meine, ich mag Katzen, aber... Was springt mich schon wieder an? Ah, diesmal ist ein Turtok. Hallo, Turtok. Level 6. Voll süß. Ein Schicki hat sich... Das hat das aber ganz schön eilig mit dem Entwickeln, ne? Jetzt bist du eine riesige Schildkröte. So, es geht hier noch hier nach links weiter. Boah, ich tue gleich Schutz drauf. Ernsthaft. Oh, mein Snobili-Cut. Ja. So. Mal schnell fast forward gemacht. Ja, irgendwo ist hier... Genau, sind die, ähm... Ich hab da ewig gesucht mit dem Itemradar. Ähm, das Schattenglas. Und dann gib da einfach auf. Außerdem, du hast deine, äh... Brille auf der Nase, du Depp. So. Ah. KP Plus. So. Nothing to do here. Hier war einfach nur ein Item und die Schattengläser und dieser Typ. Ähm. Boah, mal ohne angesprungen zu werden. So. Ich werd jetzt... Ja, ich werd jetzt... Ähm, hier ist auch nichts weiter zu tun. Ich werd jetzt einfach... Zurück... Zurück nach Malvenfro gehen. Nur, ich weiß jetzt nicht... Äh, soll ich zuerst nach rechts... Ich fahr... Ich fahr zuerst mal nach rechts oder laufe. Das sieht nach einer Höhle aus. Egal. Ähm. Oh Gott. Die wird Pflanzen-Pokémon einsetzen, das weiß ich. Deswegen werd ich mal Shelly... Ja. Ich werd Shelly nach vorne packen. Und ich weiß aber nicht, was der andere Typ da... Äh... Einsetzen wird. Deswegen müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall eine Aroma-Lady und ein Teenager. Zickzass. Damit kann ich leben. Oh, ich hab Basti da nach vorne gehabt. Egal. Nein. Aurora-Beam hier drauf und du hier drauf. Ich hab das Gefühl, Basti und Annie sind zurzeit die stärksten Pokémon in meinem Team. Das Gute ist, dass... Ähm... Mein lieber, feiner T-Bone in der nächsten Arena wirklich so richtig rocken wird. Weil... Ja. Er ist ein Boden-Pokémon. Deswegen... Elektro kann ihn mal am Arsch vorbeigehen. Ups, ich habe das A-Wort gesagt. Entschuldigt. Ich werde das rauspiepen. So nachhinein. Piep! Du machst weiter den Aurora-Strahl auf die Pflanzen-Pokémon. Und Basti wird weiter auf die anderen Pokémon draufgehen. Diesmal auf das Stolunior, was mit einem One-Hit natürlich besiegt wurde. Und Shelly erreicht Level 22. Das gefällt mir. Oh, ein... Frietzel-Bleets. So, das... Knils wäre damit auch weg. Sorry, Knils. Das ist ein lustiges Pokémon. Basti erreicht Level 23. Ich werde Basti jetzt auch auswechseln. Shelly will weiter Aurora-Strahl machen. Und ich werde T-Bone raussenden. Denn T-Bone ist, äh... T-Bone. Jetzt wird das mal das Roselia-Mal-Geschichte sein. Und T-Bone erreicht auch Level 22. Jawohl! Au, du benutzt Tackle auf mich. Und, wow! Der Superschall trifft mal. Also, mein Superschall. So, Bone Club wird auch, äh... Hat auch... Frietzel-Bleets den Rest gegeben. Und jetzt... Ja, haben wir... Die beiden... Hübschen Menschen besiegt. Äh... Registriert mich ruhig alle. Genau, Surfer. Ich kann hier nicht weiter wegen Surfer. Ähm, deswegen... Es ist quasi für mich im Moment eine Sackgasse. Aber ich würde sagen, ich bleibe mal in dieser Sackgasse und werde in der nächsten Folge dann diesen Angler und diesen Gitarristen dann noch platt machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nasslock Challenge. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!